Lauf an euers! Du 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 du! Bei Super Mario 63. 63 nur. Kennst du das? Wo ist das letzte geblieben? Kennst du Super Mario 63 eigentlich? Ja, das ist doch so ein Jump-Won. Ja, kenn ich ja. Das ist doch Jump-Won. Ja. Das ist dieser Hack, wo man 2D spielt, aber man hat diese Düse von Super Mario Sunshine. Ja. Das hat Dom Tender auch schon mal vor Ewigkeiten Let's Played. Kann man ja vielleicht auch mal gucken. Wir haben noch Vorräte. An Spielen. Vor allem wenn's um Jan geht. Ja Flo nicht. Flo ist... Flo ist böse. Warte, diese dumme Junge. Wer hat das erfunden? Die Schweizer. Wirklich? Was machst du denn? Diese Leute da draußen mit ihren komischen Rascheldingern da. Ich weiß nicht wie die Dinger heißen. So, ich dachte du hast dich aufgeregt wegen der Sonnen. Nee. Die Leute da draußen nerven aber. Die sollen... Ach, das war das Falsche? Ich wollte doch gar nicht hier hin. Warum komm ich denn jetzt hier raus? Was ist das denn jetzt? Warum komm ich denn jetzt hier raus? Ein Wasserfall. Ähnlich. Ich bin in der Nähe von dieser Kanone. Was soll das denn? Ich wollte eigentlich in die Regenbogenbrunner Tutiwild und jetzt bin ich... Nicht da. Da bei diesem Bonus, der für Galanz ist. Ich konnte das nicht unterscheiden. Oh Gott. Mario kommt nach vorne. Toll. Jetzt brauche ich wieder Ewigkeiten um mich auch zu retten. Na dann gehen wir mal Tick-Tock-Glock hier an. Also das heißt eigentlich Tick-Tock. Tick-Tack-Trauma aber... Ja. Tick-Tack... Mach die Uhr... Und... Rüber da jetzt! Mario! Hä? Alter bin ich grad weggeflogen. Alles klar. Oh Gott Mario, halt dich fest. Was hier? Ich weiß doch immer nicht, ob in den gelben Kisten was Gutes drin ist oder ob ein Stern drin ist. Was Gutes drin ist oder ob ein Stern drin ist. Also mag Flo keine Sterne. Naja, ein Stern ist für mich was super duper Gutes. Macht's auch nicht besser. Mario, du Arsch! Nein, da waren auch noch Münzen drin. Mario, was machst du denn? Ich will aber nicht den normalen Weg gehen. Dauert länger, aber wenn ich jetzt 30 mal hier verkacke, dauert das hier länger. Ich weiß doch nicht, was du grad machst oder okay? Ich will wieder zum Iglu. Iglu? Du kannst es dir ja leisten. Nee. Bei Borda sterbe ich bestimmt 13 mal. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Dafür brauchen wir wahrscheinlich die Tarnkappe, die ich jetzt noch nie hab. Ja. Wenn du grad im Tic-Tac-Trauma bist und das machst, was ich denke, ja. Ich wollte reinspringen in den Käfig, dachte das geht. Oh! Geht das bestimmt. Bin wieder beim Iglu. Jetzt kommen hier die Klappertypen. Die meine ich ja! Ah ja! Jetzt ist erfunden, nein. Das hab ich ja früher auch gemacht. Ich hör's einfach bei dir lauter als es bei mir eben war. Weil ich das Fenster offen hab. Meine Fenster sind auch offen. Ja, aber die laufen ja über mir direkt beim Fenster dann. Na, nicht ganz so. Och, nicht schon wieder! Ach, ich hab kein Problem. Ich sehe nichts, Mario. Hilfe! Warum pall' ich denn immer so runter, ey? Ich weiß nicht, ey. Das ist doch blöd. Du lösst. Übrigens, die den Stellen im Iglu hast du auch nie holen können wegen Tarnkörper. Na, das hab ich sogar nie was ausprobiert hab. Hier we go! Okay, dann geh ich jetzt auch nach oben. Das ist jetzt so zum Großteil alles gewesen, was ich haben will. Die letzten... Was zum Fick! Ah, hallo! Das hast du immer überlaut gebohlt, was zum Fick, das war's. Ach, Mann! Ich hab keine Lust mehr. Doch, du hast ganz viel Lust. Uaaay! Das ist doch blöd, dass hier nichts funktioniert. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Wann steht die Uhr, wenn man auf zwölf geht? Weiß ich nicht, mag ich nicht. Ah ja, Toads! Dankeschön. Ja, ist also stets okay. Nein, steht doch nicht. Hä? So, 60 hab ich. Wow. Ich hab 54 immer noch, ich hab noch keinen weiteren Stand. Aber vielleicht den Stern holen wollte der, den ich nicht holen konnte. Deswegen hab ich mir gleich alle Kappen geholt. Na gut, gleich ist übertrieben, aber... Mario, mach doch einfach den Seitwärtssprung. Gott, weg. Alah, da wollte ich mich wieder wer abschieben. Warum daneben? Nein, nicht nur da. Ich bin richtig. Ich bin irgendwie schon. Und... Ehh. Noch ein Stern. 61. Es geht voran, Junge. Hm. Irgendwie 50. Ich... Ich glaube, ich bin jetzt so reingesprungen, dass alles steht. Aber ich will das nicht. Scheiße. Ich glaube, den Stern, den ich jetzt holen wollte, kann ich mir jetzt gar nicht holen. Ich weiß ja nicht mal, wann das ist und wann das nicht steht. Immer bei 12. Immer bei einer vollen Uhrzeit. Habe ich da eben gefragt? Das ist nicht geantwortet. Ja, ich war mir ja nicht sicher. Aber jetzt habe ich's... Okay, ich bin tot. Kein Problem. Was ist denn Rolle, den Käfig? Ja. Ich fass wieder bei 12 rein. Ich glaub so. Halt dich für fest! Wann wolltest du denn die Kamera? Und bewegt sich jetzt alle schneller? Das gibt's auch irgendwo bei halb, glaub ich. Ist es schneller. Oh ne. Weißt du, ob ich jetzt das erwischt hab? Halt dich doch fest, oh Gott. Ja, das ist wirklich pech, ey. Halt dich doch fest, oh Gott. Oh, das ist nervig. Was denn? Die Münzis zu holen. Du willst roten Münzen sammeln? Ja, aber ich glaub das mach ich doch. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend. Hä, was soll das? Betrug! Ach, wann ist denn bei Flo mal nicht Betrug? Wann ich mach das echt ernst? Ich auch. Du kannst ja nicht vorteilen. Was ist das denn für ein Ding jetzt? Hör ich mal 같이 swipe das immer weiter? Alter, wie soll ich denn darüber? Na ja, bleib da schon gut. Alter ne, ich krieg das so nicht hin. Dann geh hol ich den anderen. Ne, wie soll ich das machen? Okay. Be, 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 be. Mach aber in удiel dich, dass ich nichtDC liegen kann. Nee, den kannst du kriegen. Irgendwo gab es einen, wo du die Dings für brauchst. Das hab ich schon gemerkt, den hab ich nicht gekriegt dann. Zack. Was war das jetzt für einer? Achte auf das Pendel. Oh, was ist denn los? Ja, den will ich mir jetzt gerade holen. Mann, spring doch hoch, Mario. Ach Mario. Oh nein, sag nicht schon wieder fast halb. Es ist doch 5.30 Uhr. Das darf nicht zählen. Was ist denn Rolle den Käfig? Was muss ich denn da machen? Einfach mal hochklettern bei der Uhr. Bin ich doch. Wo bin ich denn falsch abgebogen? Ich weiß nicht. Hä? Oh Gott, als ob es den hier gab. Weg. Den gab er? Ja. In welchem Stein? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Aber jetzt ist der hier. Ich will ja erstmal wissen. Bin ich denn falsch abgebogen, verstehst du? Die Kamera tut mir grad ganz doll weh, Alter. Ja, ja. Kann nicht weiter drehen. Ja. Ja. Wo soll ich denn hier sonst hin außer hier hoch? Hä? Nein, Mario. 62. Ja, oder was? Meine Hand ist totes am Schwitzen. Bestleistung. Halt dich doch da fest jetzt. 56. Wie soll ich mich denn da... Das verstehe ich nicht. Soll ich das sogar gerade aus Versehen nach der Reihenfolge holen? Dann Stern. Gott im Himmel. 1241. Ja, ja. Den schaff ich auf jeden Fall noch. Geht's dann hier überall noch hin? Ja. Ich bin grad, ob er eine Sache übel ist. Verwirrt. Wo genau kommt denn... Ist er da? Häh? Mann, warum ist denn hier einfach kein Stirn? Alter, es geht einfach höher und höher. Wollt mich doch verarschen. Oh, jetzt heißt es abwarten. Warum ist hier kein Stern drin? Wo ist der denn? Da oben ist auch noch was. Na, wie kommen wir denn da hin? Hä? Was ist denn hier für Quatsch? Jetzt hab ich gar keine Ahnung mehr, wo hier irgendwas ist. Oh, jetzt soll der... Hä, was ist denn das hier? Kann ich da nicht hin? Oh Gott. Boah, ich hab grad so Angst, dass ich runterfalle. Ja, ich hab schon aufgegeben. Könnte der nächste Part schon der letzte sein? Ich weiß es nicht. Was? Was? Bring auf das Spiel vorbei. Toll. Ja, wo ist denn jetzt? Ist das hier oder ist das auf der anderen Seite? Ich weiß es doch nicht. Ich möchte es mal kurz anders probieren. Okay. Bitte sei du das Level. Und nicht das Zusatzding. Okay. So. So, was muss ich jetzt anders machen als beim letzten Mal? Ich weiß es doch nicht. ...l-l-l-l-l-l-l... ...dass du schon 63 hast. Ja. Mario, bitte. Wo ist denn der Stern? Ich versteh so echt. Ich glaub ich schlecht bin ich denn grade schon wieder... Uiuiui... Quatsch, so schlecht kann's sogar nicht sein. Doch, doch, kann ich Nee Ich hab 57 nur Ich bin nicht klar, dass es gerade knapp wird Sondern dass ich gerade einfach schlecht bin Das hab ich gesagt Alter, diese Kanten Irgendwie sind die Kanten nicht zum Dranfest hingedacht Kann das sein? Wo bist du denn gerade? Ich hol mir gerade die roten Münzen in den Tic Tac, Mann Was muss ich denn jetzt sehen? Die hören Verzweiflung Von Florian Adler Mein Gedicht Ja, Quatsch Da drüben ist ja auch einer Wie komm ich denn da? Hier ist noch einer Oh Gott Und Hä? Mario 64 Und 64 Sterne Hui hui Warum ist das? Ich versteh's nicht Wo muss ich denn hin? Da ist auch ein Stern Komm ich da von hier hin vielleicht? Keine Ahnung, wie das hier aufgebaut ist Runter kann man Oh Gott Mann, Shiker, ich wollte dich doch nutzen Hopse Oh, da kommt die Schaukel Nein Drei Minuten Drei Minuten Ach, da oben war da noch was Oder bin ich blind? Wo geht's denn hier noch lang, ey? Ich will mein Stern haben Hier ist er Hinten auch, oder was? Da ist ja noch einer Und ich abutschen Na, was machst du? Oh, ich hasse mich Ach, lol Hier komm ich raus Oh, was war das denn jetzt? Warte, jetzt hab ich sowieso keine Chance mehr Eine Minute, was soll ich denn machen? Verlust machen Boom, tot Ich hätt noch 58 haben können Das hätt auch nicht viel gebraucht Wie viel hast du? Oh Gott, 64 Nochmal Wo ist hier denn noch was? Wo ist der Koopa? Ich weiß gar nicht, wo das Rang startet Bin grad verwirrt Ich weiß noch mal, wie man ganz nach oben kommt Wo denn? In nem TikTok Dauerklock Ich weiß gar nicht Irgendwo da oben war ich auf jeden Fall Ende Ich war auch weit oben Aber noch lange nicht ganz oben Egal 64 Ich bin zufrieden Mal gucken 57 ist schon belastend Wie viel hast du? 57 Ich wollte grad sagen, 54 Wenn ich jetzt so aufgeholt habe Ich hoffe, ich hatte aber abgefalten Ich schalte aber beim nächsten Mal wieder ein Mach da, bo Tschüss Tschüss Untertitelung. BR 2018